Das Qualifying startet gleich und wir werden sehen, wer sich durchsetzen wird. Auf dem schnellen Straßenkurs von Jeddah gibt es im Qualifying häufig gelbe und rote Flaggen, da Fahrer und Mauern häufig aufeinandertreffen. Strategen suchen die perfekte Lücke, aber die Fahrer müssen ihre Runde auch überstehen. In letzter Zeit wurde viel über Sergio Perez gesprochen. Wie glaubst du, fühlt er sich im Moment? Nach den schnellen Rundenzeiten im Training hat der Fahrer sicher viel Selbstvertrauen, was viel bewirken kann. Ich bin gespannt, wie das Qualifying laufen wird. Was hat der heutige Tag zu bieten? Die Zeit wird es uns zeigen. Die Zeit wird es uns zeigen. Radio check. Yeah, all good. Yeah, that's loud and clear. Oscar, radio check. Yep, radio check. That is loud and clear. That is loud and clear. That is loud and clear. And there will be no one ahead. Oscar, you've got a clear track ahead. Let's go. 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 I can recharge on and box this lap. And track is now clear. 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 Good job, let's check it out. 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 Good job. Good job. Vielen Dank.